Der Zitterroche Autoseltsam kennt sie Wegen der Fähigkeit, elektrische Schläge auszuteilen, schon die Aufmerksamkeit der Alten auf sich gezogen haben und Zitterrochen genannt worden sind. Auch sie bilden eine eigene Familie, von welcher gegenwärtig ungefähr 20 Arten bekannt sind, und bewohnen, wie zu erwarten, namentlich die Meere des heißen Gürtels der Erde. Diese Merkmale gelten auch für die Sippe der Zitterrochen im engeren Sinn und insbesondere für deren bekannteste Art, den Marmelzitterrochen, Torpedo Mammurata. Dieser altbekannte Fisch erreicht bei anderthalb Meter Länge eine Breite von wenig unter einem Meter sowie 25 bis 30 Kilogramm Gewicht und ist oberseits braun, bräunlich und weiß gemarmelt, sodass bald die eine, bald die andere dieser Färbungen vorherrscht. In den Schriften der Alten wird der Zitterrochen oft gedacht. Nicht minder hat man ihr Bildnis auf Gefäßen dargestellt. Ja, man darf behaupten, dass die alten Griechen und Römer über die Lebensweise fast ebenso genau unterrichtet waren, wie wir es heutigen Tages sind, und auch die elektrischen Organe wohl zu würdigen wussten, obgleich sie nicht imstande waren, sie richtig zu deuten. Sehr erklärlich ist, dass man in der alten, wundersüchtigen Zeit bald darauf kam, so gewaltig und unerklärlich wirkende Tiere in der sogenannten Arzneikunde zu verwerten. Dem G-Ist des schlechten Fleisches wurden die großartigsten Fungen zugeschrieben, von den damaligen Ärzten über. Und zwar 8, 10 bis 14 auf einmal. Die Geschlechter begatten sich, wie bereits die Alten wussten, wirklich, indem sie sich mit dem Bauchteil gegeneinander kehren, und die Eier entwickeln sich so dann ziemlich gleichzeitig in den Eiergängen. Die Alten berichteten, dass die Jungen von der Mutter bei Gefahr in das Maul genommen würden. Von den neueren Beobachtern ist solches nicht bemerkt worden. Für den menschlichen Haushalt gewähren die Zitterrochen keinen erheblichen Nutzen. Es wird nicht einmal regelmäßiger Fang auf sie betrieben.